Und dann haben wir auch vier Leute getötet, ne, drei Leute getötet. Einer ist ausgestiegen. Siehst du, ist der Push durchgegangen. Scheiße, die Berge sind hier echt behindert. Ich weiß nicht, oh oh. Er brennt. Nein! Oh Mann! Komm jetzt, natürlich muss da jetzt ein Lightning herkommen. Ja, komm, rechts. Ah, du kommst echt hier nicht lang, das ist doch scheiße. Du kommst den verfuckten Berg einfach nicht hoch. Probieren wir es noch einmal, weil es so schön war. Machen wir es noch einmal. Warte, ich hänge nicht dran. Ihr lebt noch, macht schönen Kills. Ja, ja, wir zerlegen gerade alle Fahrzeuge, die runter auf die Wiese kommen. Um sich zu rappen. Ja. Direkt. Denn. Sauber. Der nächste Lightning, und da kommt wieder einer. Der will uns auch jetzt. Der ist ein Viper Lightning. Der hasst uns gerade ein bisschen. Wie kann der mich sehen? Ich bin getarnt. Man sieht das. Das war natürlich ein eigener. Du erschießt doch auch immer Leute, die getarnt sind. Nein, das war ein eigener, der mich dann auch erschossen hat, Mama. Der trifft einfach gar nichts. Triffst du zumindest? Nein. Ja, aber das war ein Treffer. Das ist der neue Finger möchte ich trünke kack. Boah. Das nicht. Ja, aber die sind weg bei euch, und ihr könnt ihnen einen Sander rückbauen, Mann. Was getroffen? Leute, sorry für den Beschiss, was ich hier gerade treibe, das ist ja behindert. Da oben fahren schon wieder tausende Lightning und so. Wollen wir da wirklich hochspringen? Aber wie viel Muni hast du? Ja, ich hab 18. Ja. Ja. Rechne ich noch. Boah, Alter. Lass den Lightning da machen. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Was? Was ist das für eine scheiß Anlage hier? Wo bin ich denn hier gefangen? So ein Idiot. Unglaublich. Was? Der Lightning da. Also ich bin nicht mit einer Fahrerreicher. Da gibt noch den Chip. Ja. Dann bist du dran. Ich bin über das Ding drüber gekommen. Was? Ich bin über wegesnapt. Was? Er ist Fahrer? Äh, irgendwann muss man reparieren, Futur. Ach so. Ja, guck mal, du musst aus dem Autohaus gesnapt. Ja, ich hab mich aus dem Autohaus gesnapt. Ähm, mir kann... Ja, warte, ich muss erst spawnen. Jetzt. Ah, ihr seid direkt vor mir, sehe ich. Kommt so weggefunkt. Oh man. Deine. Oh, letztlich steigen. Aber das Block hat eigentlich eine gute Runde, muss ich sagen. Scheiße. Wie viele haben wir jetzt erlegt? Wie viele Panzer? Das gibt's nicht. Das sind... Warum sehen die, wie ich nicht getarnt bin? Das geht doch gar nicht. 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 Dann haben wir auch vier Leute... Ne, drei Leute getötet. Dann ist der Push durchgegangen. Wir stehen jetzt zwar ein paar Meter weiter, aber das ist egal. Sie sind zurückgegangen. Natürlich bauen wir jetzt einen Sandy ab, wenn alle hier spawnen wollen. Bist du wieder voll? Ja. Ja. Oh, ist das doch scheiße. Das ist keine gute Folge-Reihe gerade hier. Gefällt mir gar nicht. Das ist mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Hat die Runde. Nö. Nichts andere als Lightning. Und zwar diesen hier. Oh. Oh. Hinter uns ne leichte... Ja. Böse. Böse. Leichte. Sauber. Schließungsbonus. Fuck. Nö. Jetzt war das ein schönes Shot da in den Weg. Oh. Oh. Endlich nicht mal die Vanguard's da unten zu pushen und wir das jetzt machen müssen, ne? Dann ist echt armselig. Gehen sie... Jetzt sei hier... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast Schuss... Nach vorne. Ah. Fuck. Have fun. Fuck. Und bleibt nie auf stehen, Leute. Ihr müsst vor. Äh. Ich mach das ganz sicher für dich kurz wiederbeleben. Neben dir steht ein aufgemachter Sandy. Ja, siehste. So macht man das. Ich bin direkt neben dem Auto. Keine Ahnung. Bin wieder drauf gegangen. Alter, ich hab dich nicht zugemacht. Der Wichser. Ja. Ist klar. Das ist immer so wichtig. Wie immer eins halt. Ich muss immer... Also müssen immer alle zusagen. Boah. Mach mal rein und auf, Alter. Sind das Lappen? Ja. Das... Wollen mich ab. Das glaube ich geschickt. Ja. Ich hab' nichts. 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 Ja, sie sind ja doch. Jede Mengen. Aber die sind... Der ist down. Hab' mich fast mitgenommen. Also ist der nächste. Max. Börster. Natürlich keine Ressourcen. Ach nix. Wenn ich kriegen, wer hat. Ja, aber auch schon wieder alle Verbindeten zu stehen, dass wir nicht wegkommen. Ja. Hier ist der gute Rebs Andy. Den K. hat's einfach nicht drauf. So ein bisschen. Wir haben die Base verloren. ja wir verlieren die Welt hinter uns wieder das ist so ist kommen sie das was ich eben gesagt dass auch wieder einer durch hat sie gekämpft müssen wir welche zurück verliegen er nicht die Leute die trotzdem gehen dahin da verlegt man im Panzer verteilt glaubst ja wohl nicht dass die ein Jahr die Wunscher haben Galaxy Galaxy über und die Bildung aber da fliegt eine Galaxy und die Morsi bei uns Galaxy da vorne die raucht, schau nach vorne schau nach vorne nach oben Habste, jawoll, Maxplatt gemacht da unsere Leute bauen hier schon wieder einen eigenen kleinen Stau auf ich komme da nicht hin an den Lightning also die sind schon wieder hinter mir, klasse sagen tut keiner was dass die wieder hinter mir stehen wir müssen die jetzt irgendwie umfahren verdammter scheiß darunter glaube ich ist keine gute Idee warum bin ich eigentlich schon wieder hier vorne gespawnt habt ihr gesaved oder war ja also matin doch es ist ja hole ich du bist, wie viel jetzt haben wir die Panzerarmee hinter uns die Terraner pushen nämlich wieder die haben drei Lightning sehe ich und da hinten dran Rapsandys riffs oder was? nice oh leck, voll kackt zu dem Rapsand, oder? ja, den Rapsandys boah, du bist doch ein Jakob, der rufen vor, der steht, der ist doch kommt ein weiterer Rapsandys ja, ich habe aber eine Panzermine dabei ach du scheiße, was ist auf der Straße steht, da steht ja rein gar nichts auf der Straße das hat ein Lightning den Spion überfahren und jetzt bin ich auch tot na, der Spion hat mich auch noch gekillt ok, wir fahren weg, wir fahren weg oh leck ja, hoffentlich die Spawnpiken ist schön platziert, das ist schön Spawn nein